Also gut Männer, Lord Vader will, dass wir alles genau befolgen. Unser erstes Ziel ist die Kommunikationszentrale hinter dem Hangar. Wir werden mit dem Hangar. Wir werden mit dem Hangar. Wir werden mit dem Hangar. Lassen Sie uns rauf, welche Jury! Achtung bei der Seite! An den Seiten! Ah! Ah! Langheit hat nur ehrlichem Wachsam und allen Beinen. Genugem Wachsam zu... ... Polismus. ... ... ... ... Als Polismassa überfallen wurde, hatten die Männer der 501. genug von dieser angeblichen Rebellion. In der Vergangenheit hatten wir heimlich Spaß daran gehabt, ein oder zwei Aufstände vor Ort niederzuschlagen. Die Truppen blieben dadurch im Training und das Imperium wachsam. Der Überfall auf Polismassa war ein perfektes Beispiel für den beginnenden Zerfall. Eigentlich sollten wir hineingehen, eine kleine Bande Rebellen auslöschen und ein paar gestohlene imperiale Pläne auf einer verschlüsselten Rododisc zurückholen. Ehe wir wussten, was geschah, wurden wir von den Rebellen beinahe überrannt. Und die Rododisc war nirgends zu finden. Also gut Männer, Lord Vader will, dass wir alles genau befolgen. Unser erstes Ziel ist die Kommunikationszentrale hinter dem Hangar. Erwissen Sie den Rebellen! Lösen Sie den Wookiee aus! Reisen Sie den Spion aus! Reisen Sie den Spion aus! Erwissen Sie die wie vor, diese schraumten. Das war's für heute. Gute Arbeit, Soldaten. Jetzt müssen wir uns auf den Weg zum Basiskommandogebäude an der anderen Seite der Einrichtung machen. Wenn unsere Informationen stimmen, finden wir unterwegs eine Rebellen-Holo-Desk mit einigen sehr wichtigen Plänen. Helden Sie in der Hand! Hier sind wir alle! Sind wir bereit? Wir kommen näher! Wozu! Annen Sie er changer PAUL! W vain! W X2 W X2 Das war's für heute. Rebellenabschau rausschreiten! Achten Sie auf die Flanken! Achten Sie auf die Flanken! Es wird dauern, die COM-Schüssel einzustellen und die Daten von der Holodisc zu übertragen. Wehren Sie die Rebellen bis zum Ende der Übertragung ab. Lassen Sie nicht zu, dass die Einrichtung dem Feind in die Hände fällt. Insecker! Zieh Sie ab! Das ist einfach zu fielen! Zieh Sie die Rebellen! Guteil! Steh Sie nicht mehr! Das war's. 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 Das war's.